Georg Joachim Göschen war ein Verleger der Goethe-Zeit. Zu seinen Autoren zählten unter anderem Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Christoph Martin Wieland und Friedrich Gottlieb-Klopstock. Biografie Göschen war der Sohn eines Kaufmanns, der nach dem Tod seiner Frau wegen finanzieller Schwierigkeiten nach Flotow zog und dann untertauchte. Göschen wurde von Bekannten wieder nach Bremen geholt und er wohnte beim Pastor Erhard Heeren in Bremen-Abergen, der das Waisenkind förderte. Göschen machte eine Buchhändlerlehre bei der Kramerschen-Buchhandlung in der Obernstraße in Bremen. 1770 zog er nach Leipzig um und war bei der Buchhandlung Siegfried Leberecht Kursius tätig. Von 1783 bis 1788 leitete er die gelehrten Buchhandlung in Dessau. Er gründete 1785 in Leipzig die G. J. Göschen'sche Verlagsbuchhandlung, die unter seiner Leitung zu einem der wichtigsten Verlage der Weimarer Klassik wurde. Er verlegte von 1786 bis 1790 die erste Gesamtausgabe der Werke Goethes in acht Bänden mit einem finanziellen Misserfolg. Ab 1785 editierte er die Werke Schillers. Goethe und Schiller verlor er später an den Verleger Johann Friedrich Kotter. Seine größte Aufgabe war die Herausgabe der Werke von Christoph Martin Wieland. Die 1802 erschienene Wieland-Ausgabe umfasste 42 Bände. Einer der Illustratoren des Verlegers war Johann Heinrich Ramberg. Die Herausgabe der Klassiker brachte keine großen finanziellen Gewinne, er verdiente jedoch mit den Veröffentlichungen von Romanen, Almanachen und Sachbüchern. Göschen war bestrebt, auch äußerlich ansehnliche Bücher herzustellen. 1793 gründete er auch eine eigene Druckerei in Leipzig. Er verlegte die Druckerei 1797 nach Grämer. Die Leipziger Zunftregeln schrieben vor, dass die Bücher in Frakturschriften erscheinen müssten. Dagegen wurden ihm in Grimma uneingeschränkte Privilegien eingeräumt. Dies ermöglichte ihm, moderne Typografien zu verwenden. Auch die von ihm geschätzten Antiqualschriften von Bodoni und Beskawil. In Grimma arbeitete sein Freund Johann Gottfried Säume bei ihm als Korrektor. Dessen Autobiografie »Mein Leben« veröffentlichte er 1813. Göschen selbst schrieb ein heute vergessenes Lustspiel und seine Erinnerungen. 1795 erwarb er ein Landgut in Grimma-Hundstedt. Hier befindet sich im Göschenhaus heute ein Museum mit einer Säume-Gedenkstätte. Die erfolgreiche Verlagshandlung wurde durch seine Söhne weitergeführt, 1838-39-Stil dann jedoch an die kottische Verlagsbuchhandlung verkauft. Göschen war der Großvater der britischen Politiker George Joachim Goschen I., Erste Viscount Goschen und Edward Goschen I. Baronet Ehrungen Mehrere Straßen U.A. in Berlin-Wittenau, Bremen-Abergen, Grimma und Leipzig wurden nach ihm benannt. Eine Apotheke, ein Hotel und ein Gasthaus in Grimma erhielten seinen Namen. Werke, noch ein Blümchen in Augustensgarten, den 16. März 1806. G. J. Göschen, Grimma, Leipzig 1806. An die sechs Pappeln um mein Haus, am Verbindungstage meines ältesten Sohnes Karl Friedrich mit der Jungfrau Juliane Therese Bayer. Von Georg Joachim Goschen, den Erste Sept 1817. G. J. 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 J